One Life Left Seid gegrüßt und herzlich willkommen zum Project Zomboid News Video aus März 2024 zu BILD42. Es sind am 28. März 2024 neue News rausgekommen, diese nennen sich Zombie Thursday. Bevor wir aber damit beginnen, möchte ich mich nochmals für die vielen Abonnenten bedanken. Wir sind mittlerweile bei der 1385 zum Zeitpunkt des Videos und stehen dementsprechend kurz vor der 1400. Wenn ihr mich also unterstützen wollt, lasst mir gerne einen Like da und schaut mal auf unseren Kanal. Wir haben ganz viele Project Zomboid Videos für euch vorbereitet. Dieses Wochenende kommen noch die besten Mods aus Februar 2024. Da hänge ich ein bisschen hinterher, aber ich werde zugleich auch die aus März fast schon mit beenden und dementsprechend sollten die aus März auch dann rechtzeitig kommen. Zum anderen haben wir ja jetzt einen Multiplayer-Server. Wir mussten leider nochmal von vorne beginnen, haben aber dafür jetzt ganz, ganz viele neue Karten mit drin. Und da werde ich am Sonntag auch auf Twitch nochmal Livestream. Schaut auch da mal in die Beschreibung, da habe ich alles verlinkt. Verlinkt bzw. schaut dann auch gerne am Sonntag ab 17 Uhr mal rum und erlebt mit mir den ersten Tag auf unserem neu gestarteten Multiplayer-Server. Am Anfang sehen wir hier so ein wunderschönes Bild nochmal von neuer Ausrüstung. Dazu wird es später nochmal dann im Verlauf der News mehr geben. Aber als erstes geht es erstmal darum, dass man in Bild 42 eine Vielzahl von lesbaren Materialien haben wird. Und dafür zeigen sie jetzt nochmal die bereits angesprochene UI, die sie erstellt haben in Java. Das sind quasi vier Elemente, die einem hier gezeigt werden. Das ist so textbasiert. Man hat hier dann eine Basis geschaffen, wo man auch als Modder sich heransetzen kann und dementsprechend dort irgendwelche Texte mit verfassen kann. Und das Ganze zeigt er dann jetzt hier nochmal in zwei Schriftarten. Also um mehr geht es jetzt hier letzten Endes auch nicht. Also da kommen vier Java-Elemente zum Vorschein. Das ist einmal Base Text, Texture und Text Entry. Und die kann man dann über die UI quasi selbst sich nochmal ein bisschen umstellen. Den Rahmen und alles. Und das ist natürlich was sehr Schönes. Wofür verwenden die das in Projects on Buoy? Zum einen, wie gerade angesprochen, für Modder. Aber zum anderen auch für deren Newspaper. Diese Newspaper sollen quasi nochmal ein bisschen mehr Tiefe in das Spiel bringen. Wie man auch hier jetzt sieht. Da hat man hier das Newspaper, The National Dispatch. Und dort hat man dann diese angesprochene UI, die wir auch vorher schon gesehen haben, mit einem Zeitungsartikel dort dann drin. Und das ist natürlich dann nochmal ein bisschen tiefgreifender in die ganze Lohre von Projects on Buoy. Ja, also wirklich Shoutouts an Aetorin, der sich da ja ransetzt von der Entwicklerseite her. Und man schreibt ja auch nochmal, dass es hier Community-Helden gibt. Und Unconed und Villiers. Villiers, genau. Die auch ebenfalls mitgeholfen haben da bei solchen Sachen. Und ich denke wirklich, dass man da dann nochmal für die Städte auch an sich nochmal richtig coole Sachen bringen kann. Wie man ja hier sieht. Nolans Used Cars hat man jetzt hier. Da werden Fahrzeuge vorgestellt. Und das in einer bestimmten Area, die man da wahrscheinlich dann besuchen kann, wo es sich befindet. Hier Häuser kann man gut darüber darstellen. Also da erwartet uns dann deutlich mehr Spieltiefe. Die nächste große Überschrift nennt sich Grasp Me Right Up. Und das ist etwas, was man schon seit langem vorhat. Man möchte das 3D-Gras-Modell einfach nochmal ein bisschen umändern. Da hat man uns ja auch ein schönes Video vorbereitet. Denn in Vill42 ist es jetzt soweit. Das Gras wird sich umändern von dem 3D-Modell her. Und ich finde persönlich, es sieht ein bisschen schöner aus. Man sieht ja hier auch nochmal die Tiere, die mit dazukommen. Und somit ist die Welt da auch nochmal ein wenig grafisch schöner geworden. Was man hier ebenfalls schreibt, ist, dass Vill42 jetzt mit einem Tiefenpuffer gesegnet ist. Das bedeutet, dass wir die Kollisionen des Spielers mit der Umgebung reduzieren können. Und wir Türen öffnen und schließen können. Und wir werden auch in der Lage sein, sitzende Charaktere auf Möbeln in alle 4 Richtungen anzuzeigen. Heißt, wir benötigen wahrscheinlich die True-Actions-Mod dann nicht mehr. Zumindest mit Sitting. Wahrscheinlich Lying wird da nicht mit drin sein. Aber das klingt schon mal sehr, sehr gut, wenn solche kleinen Spiele-Elemente endlich ohne Mods dann auch funktionieren. Man sieht ja aber auch in dem Video, dass das Gras und die Büsche und alles sich ein wenig bewegen. Beziehungsweise die Zombies durch das Gras ja hier so gehen, wie man auch hier gerade gesehen hat. Also es kommt ein bisschen mehr Bewegung einfach mit ins Spiel. Hier haben wir es nochmal Before und hier ist After. Also man sieht hier wirklich schon einen deutlichen Unterschied meiner Meinung nach. Und das Ganze dann nochmal auf das Camp, was wir eben gesehen haben. Zum Beispiel auch. Beziehungsweise ein anderes Camp. Also es macht schon einfach was her. Danach erzählt man uns wieder ein wenig was über den Sound. Spezifisch über unterirdische Klänge. Da in Bild 42 ja auch Bunker zum Beispiel vorhanden sind oder andere unterirdische Gebäude. Genauso geht es aber auch nach oben. Also wir gehen in den Himmel und in die Erde mehr rein. Und dementsprechend muss sich ja auch der Sound irgendwie dann verändern. Wir haben zuletzt ein Video über die Bunker gesehen. Und da kommen jetzt dann neue Geräusche hinzu. Und das schauen wir uns jetzt hier mal an. Dann mache ich auch mal den Sound an und bin mal ein bisschen ruhiger. Wir hören draußen. Und dann gehen wir jetzt in einen Bunker rein. Da hören wir auch die Spielersounds nochmal. Anstrengungen und alles. Die Natur geht weg. Und wir haben immer mehr Untergrundgeräusche. Absolut spannend. Finde ich absolut geil. Gefällt mir sehr. Und hier auch noch ein zweites Video von einer Bunkeranlage. auch nochmal, wo es weit runter geht. Oh, ein Vorschlag haben wir. Krass. Wirklich. Also ich mag ja Sound sehr. Ich bin sehr audiophil. Und nennt man das so? Okay. Ich weiß nicht, ob man das so nennt. Aber wie dem auch sei. Das ist hier wirklich ein wunderschön gemachtes Geschenk nochmal für Bild 42, dass sich der Sound so großartig verändert. Ich glaube, man hat sogar beim Schuss gerade ein bisschen mehr Hall gehört, weil man einfach sich in einer Anlage befindet, die mehr Hall auch wieder gibt. Sehr geil. Wirklich. Und als nächstes erzählt man etwas über die Einzäunung, was bisher noch nicht so ganz so beachtet wurde. Also so von langen Drahtzäunen eingesperrte, angezogene Horden. Und man schreibt auch hier so ein bisschen von The Walking Dead, wie es in der Gefängnisstaffel so war, da waren ja auch so viele Zombies an den Zäunen. Bisher hat man das Wegfindungssystem quasi so eingestellt von den Zombies, dass die um die Zäune dann irgendwie rumlaufen. Das wird in Zukunft sich ein bisschen ändern, da man einfach möchte, dass die Zombies auch mehr Zäune zerstören. Das Feature wird eine Sandbox Option sehr wahrscheinlich sein. Und das kommt dann bei größeren Horden vor allem zum Einsatz, dass die sich so gegen den Zaun dann so drücken. Das Video ist work in progress, aber man zeigt uns hier, ich glaube der Zaun, könnte ich mir vorstellen, wird auch nochmal verändert, weil der ist jetzt hier. Klingt ein bisschen hölzern. Aber man zeigt uns jetzt hier quasi, wie der Damage dann aussehen soll von den Animationen. Vielleicht überarbeitet man auch das nochmal. Zombies werden aber in Zukunft Zäune auch dann einfach zerbrechen. Spannend. Danach geht es zu Fenris-umfangreichen Updates, die ja auch zuletzt schon angesprochen wurden. Der Fenris, der kümmert sich nämlich um Waffen, beziehungsweise es wird Waffenänderungen geben mit Bild 42, heißt Wind, Regen, Nebel, allgemeine Lichtverhältnisse haben nun Auswirkungen auf Treffer und kritische Chancen. Einige davon können durch Eigenschaften oder Fähigkeitsstufen aber auch wiederum ausgeglichen werden. Schüsse auf Ziele, die von dichten Nebel oder Dunkelheit verdeckt sind, können herausfordernd oder teilweise sogar unmöglich sein, was ich sehr cool finde, weil es einfach wieder vielleicht ein bisschen den Realismus steigert. Die maximale Schussweite wurde jetzt erhöht und wird nicht mehr von der Fähigkeitsstufe beeinflusst. Und die Trefferchancen auf Ziele in der Ferne sind immer noch aber dafür beeinträchtigt. Die Entfernung zum Ziel hat einen größeren Einfluss auf eure Moodles, heißt wenn ihr z.B. panisch seid oder Trunkenheit oder euch bewegt oder alles so, das hat alles quasi dann einen Einfluss. Und die meisten Strafen, also Moodles quasi, die jetzt so ein bisschen eher negativ sind und Auswirkungen dann auf euch ausüben, werden in geringem Maße bei kurzen Entfernungen deutlich dann wieder reduziert aber. Also je weiter der Zombie noch entfernt ist und ihr negative Moodles habt, umso schwieriger wird es dann auch. Der Schallradius wurde insgesamt erhöht, aber mit einer Sandbox Option, um höher oder niedriger selbst zu modifizieren. Die Schallreichweite wird beim Schießen in Innenräumen aber wiederum reduziert, also auch da haben sie audiotechnisch noch mal dran gearbeitet. Zielsysteme haben einen idealen Bereich, für den sie entwickelt wurden, also eine minimale effektive Reichweite und eine maximale. Außerhalb dieses Bereichs sind sie weniger effektiv. Wenn das Ziel nahe genug ist, dass nur ein Zeigen ohne Zielen eine höhere Trefferchance ergibt, werden die Visiere dann auch automatisch ignoriert, schreibt man jetzt hier. Zum Beispiel jetzt ein 8x Zielfernrohr auf ein Ziel, zwei Kacheln von euch entfernt. Und was man hier ebenfalls schreibt, bisher hatte Panik keine tatsächlichen Auswirkungen. Das hat man dann jetzt auch korrigiert. Heißt, da wird es dann auch nochmal schwieriger. Ja, bleib ruhig, keine Panik. Allgemein wurden aber die Trefferchancen erhöht, sodass auch niedrigere Stufen unter den richtigen Umständen einen erfolgreichen Schuss dann abgeben können. Es ist jedoch wichtig, dass negative Bedingungen da natürlich dann Einfluss drauf nehmen und es schwieriger wird. Zudem hat man auch noch die Gewichte der Munition korrigiert und irgendwie nochmal neu ausbalanciert. Und man kann jetzt auch Taschenlampen ran modifizieren an seine Waffen und damit die Lichtverhältnisse ändern und somit auch seine Zielchance wieder erhöhen bei Dunkelheit. So, und dann haben wir nochmal ein Video von Fenris Experimenten. Die Grafik zeigt Treffer und Crit Chance für die verschiedenen Kachelentfernungen in Echtzeit und überlagert Bereichskreise, die die Point Blank, optimale Zielfernbereiche für die gegebenen Visiere und maximalen Schussweiten zeigen. Heißt, die Chancen auf einen kritischen Treffer sind, mit der Bewegung zu sehen und nach jedem Schuss. Also, das sieht man hier quasi alles so in der Statistik dann da drin. Also, bei Dunkelheit ist es ganz schön übel jetzt. Das ist ja jetzt hier 0.50 Uhr. Da hat man jetzt Licht angemacht, Licht aus. Hat einen deutlich krasseren Effekt jetzt, wenn man das also anbringt. Ihr seht, da kommt einiges auf uns zu. Im Monat März hat man sich um Late-Game-Rüstung irgendwie dann gekümmert, schreibt man hier. Wie beim Waffenhandwerk war die Absicht, etwas zu schaffen, das sich nicht auf Zombie-Medien oder andere Spiele bezieht, sondern etwas, das für die Zeit und Umstände natürlich auch irgendwie logisch erscheint. Man möchte nicht, dass die hergestellten Rüstungen zu anachronistisch oder ritterlich aussehen, sozusagen. Also, sie sollen nicht aussehen, als ob sie Teil eines Renaissance-Festes sind. Man möchte nicht zu albern wirken, obwohl man auch ein paar lustige Optionen natürlich geben möchte. Und man möchte nichts, was nicht in die Zombie-Umgebung passt, schreibt man hier. Wichtig ist, dass die Rüstungen wie echte Rüstungen funktionieren und innerhalb der Grenzen der Project Zombie-Logik auch operieren. Während man also offensichtliche mittelalterliche Elemente vermieden hat, erfordern die Aktualisierung des Handwerks von 42. Und die Fähigkeiten des Schmiedes natürlich auch Metallrüstung, Platten, Leder, Riemen, Schnallen, alles Mögliche. Also man muss das erstmal alles so aufbauen, damit man überhaupt dann quasi sich eine Rüstung herstellen kann. Da muss man vorher schon mal vorcraften, sehr wahrscheinlich. Und inspiriert wurde man hier von Ned Kelly und seiner Bande. Damit werden sie natürlich trotzdem ihren eigenen Weg gehen, aber sie wurden irgendwie schon ein bisschen davon inspiriert. Heißt, es geht ja hier dann um ein apokalyptisches Flair. Wir haben ja hier auch ein Bild unten und darüber steht noch, man musste sicherstellen, dass die Rüstungen glaubwürdig und machbar sind, während man einen prodezuralen Ansatz beibehält, wie der Ansatz der Lego-Waffen, bei dem vorhandene Gegenstände angepasst und verschmolzen werden können. Und dann braucht man aber für einen markanteren Look, hat man so an Nuancen des Punk-Rock- oder Heavy-Metal-Images gedacht, mit der apokalyptischen Sache, so wie Escape from New York, als Inspiration. Und daraus hat man jetzt dann Rüstungen erstellt, die zum Beispiel aus Reifen gefertigt werden können. Die nächste Überschrift sind Natural Ingredients, also die natürlichen Inhaltsstoffe. Heißt, ein wichtiger Aspekt der neuen Rüstungsinhalte war es, dass man das neue Handwerkssystem unterstützen muss, so wie das Überlebensspiel auf einer Waldkarte frei von der Zivilisation entfernt. Obwohl man bewusst nicht wollte, dass es zu mühsam ist, vom Schmutz und den Stöcken zum Lösen des Stahlrätsels voranzukommen, gibt es immer noch viel Mittelgrund zwischen den beiden. Leda ist offensichtlich der Kandidat für sowas dann, weil das findet man ja durch die Natur dann von den Tieren heraus. Aber im Laufe der Geschichte haben die Menschen auch alle möglichen anderen Materialien für Rüstungen verwendet und man erforscht derzeit einige interessante Ideen, basierend auf realen Beispielen. Das schreibt man hier. Man möchte nicht zu weit gehen und mit diesem auf einen Ast hinausgehen und weit verzweigen, aber das Klopfen an Holz wird schon als gut angesehen. Vielleicht wird es dann so Holzrüstung geben oder so. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und dann gibt es aber auch eine sportliche Variante oder eine sportliche Chance. Angesichts des Spieles im Jahr 1993 in Kentucky gibt es bereits alle Arten von Rüstungen in Form von lootbaren Sportsball-Ausrüstungen. Alle Arten von Polstern, Schützern und all dem Ganzen, einschließlich Zweiergegenstände, die die Spieler sehr glücklich machen sollten. Also das Sportcup und Eishockey-Nackenschützer wird es dann auch in Zukunft geben. Heißt, man hat so einige Sportartikel, wie das Waffenhandwerk, was man modifizieren kann, um coole postapokalyptische Rüstungen dann herzustellen. Was uns dann jetzt zum nächsten Punkt führt, die Stacheln. Also auch Zombies können jetzt spiky werden, wie man hier in diesem Video sieht. Und da kann man sich auch wehtun. Auch mega geil gemacht, finde ich. Und bringt auch nochmal richtig viel Schwung. Vor allem jetzt mal bei den Zombies. Da muss man dann nochmal ein bisschen mehr aufpassen. Also tiefe Wunden, aua, aua. Schön immer aufpassen. Und zu guter Letzt begeben wir uns nochmal auf eine Himmelsreise. Denn schließlich befinden wir uns auch im Testprozess von Wolkenkratzern in Bezug auf Spielbarkeit und Leistung. Schreibt man hier im oberen Bereich. Es stellte sich heraus, dass 32 Etagen voller Zombies, die alle mit der gleichen Rate von Zombies spawnen, eine Menge Zombies ergeben. Also muss man die Dinge ein wenig ausbalancieren. Dazu hat man uns ein Video vorbereitet, wo man auch nochmal in die Höhe geht. Und da schauen wir einfach mal ins Gebäude rein, auch gleich in dem Video. Und sehen mal so ein bisschen die Zombie-Verteilungen. Wo man wahrscheinlich noch ein bisschen Balance mehr mit reinbringen möchte. Bin gespannt, ob die Aufzüge funktionieren. Es gibt ja eine Aufzug-Mod. Aber wahrscheinlich wird das nicht von Anfang an mit drin sein. Alter. Okay, cool, cool. Da geht es weit runter. Ja, und ganz zum Schluss bedankt man sich nochmal. Leider gibt es nicht viel vom neuen Handwerk zu sehen. Aber wir sollen versichert sein, dass dort viel Arbeit reingesteckt wird. Und einige Aspekte einfach noch nicht bereit für eine Präsentation sind. Andere warten wieder auf das Kerncode-Update, um angeschlossen zu werden sozusagen. Und somit sind sie erstmal noch nicht filmbar. Man zeigt uns hier aber auch ja ein Bild und sagt zugleich, es gibt eine Art Stau von Dingen, die herausgebracht werden können. Also hofft man, dass es beim nächsten Mal eine Flut von coolen Sachen geben wird. Dies ist so ein wesentlicher Aspekt des Gameplays, der enorme Verbesserungen über das gesamte Board bringen könnte. Also benötigt er auch die meiste Überlegung und Sorgfalt, um nichts falsch zu machen. Und das kann ich nachvollziehen. Bild 42 wird noch dauern. Wir können uns nicht auf den nächsten Monat irgendwie da verlassen. Wir können uns, glaube ich, auch nicht auf den übernächsten Monat verlassen. Es gibt verdammt viele Sachen, die hier gezeigt werden. Und dementsprechend glaube ich, dass das wirklich sich noch mindestens bis in den Sommer zieht. Man gibt uns hier keine weiteren Informationen über einen Release-Termin, über eine Unstable-Beta. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen über die News aufklären. Die waren ja doch ein bisschen länger jetzt. Und lasst mir, wie gesagt, gerne ein Abo da, sofern es noch nicht geschehen ist. Liked auch das Video, wenn es euch gefallen hat. Schaut mal auf unseren Kanal. Da haben wir ganz viele Projects on Buid-Videos für euch vorbereitet. Und ich sag mal, habt wunderschöne Ostern. Wir sehen uns spätestens im nächsten Monat zu den nächsten News wieder. Und ich, euch lieb. Und ich, euch lieb.